Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Badwars und heute ist der Fabian dabei, guten Tag! Hallo! Hallo! Und ja, wir wollten heute alle nochmal ein wenig Badwars und es gibt so ein paar Sachen, über die ich reden möchte. Einerseits, warum jetzt zusätzlich zum Hexion-Video eine Runde Badwars kam, ist der ganz einfache Grund, dass mein Livestream gestern Abend leider die ultimativen Aussetzer hatte, weshalb es halt für mich leider unmöglich war, weiter zu streamen. Ich hatte irgendwie nur 200 Kb pro Sekunde und da kann man nichts dran machen, Leute. Da könnt ihr jetzt wieder die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Das kann man nicht ändern bei mir. So, und dann andererseits noch, warum ich mit dem Fabian ausgerechnet aufnehme, ist der ganz einfache Grund, weil am Freitag steht eine Minecraft-Season an und wie ihr eventuell schon alle wisst, ist das die Community-Season und ich mache mit dem Fabian ein Team. Fabian lasse ich mir einfach die ganze Zeit nicht reden, weil ich hier halt so ein bisschen talken muss. So, da vorne ist schon der... Ja, komm, ich gehe in die Mitte. Komm, wir gönnen uns heute so richtig das Gold. Und ihr könnt da auch wieder mitmachen. Alles Weitere wird halt mit dem Video, noch mit dem Video, was kommen wird, gezeigt. Da werden dann alle Informationen gegeben, wie das alles ablaufen wird, etc. Ihr solltet euch nur vormerken, Freitag, 20 Uhr, Zweierteams. Haltet euch das bereit. Das sind die wichtigen Informationen, die ihr braucht. Und ja, das Weitere kommt dann einfach per Video. Für alle, die nicht Minecraft wissen, was das ist, die sollen sich bitte Sherman in die Ecke gehen. Und ja, dann, ich habe übrigens noch kein Promme, Promme, Gomme Premium, das muss ich mir noch holen. Du bist rot, ne? Okay. Ja. Es ist halt momentan richtig schwer, jetzt abends in den Server zu kommen, weshalb wir leider nicht in der Zweier-Lobby konnten. Und wir hatten gerade eben probiert, zweimal zwölf. Das ist quasi so ein Riesen-Battle. Aber da war ein Typ, der hat einfach uns runtergekickt die ganze Zeit von uns, also abgebaut. Und das hat halt richtig den Spaß versaut. Dann wollte ich... Das ist halt, glaube ich, ziemlich... Nein, der baut sich zu mir. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Böse, böse, böse. Easy. Hast du einen abgebaut? Ja. Okay, ich baue jetzt auch einen, also ich käse auch einen. Irgendlich geht der andere Nachbar mir nicht auf den Herd. Ah, er ist abgebaut. Oder bist du das? Ne, ist blau. Ah, dann baue ich mich mal zu blau. Komm, jetzt wieder. Der kriegt den Knockback seines Todes ab. Äh. Okay, jetzt wieder. Atz ist gerade runtergefallen. Okay, sehr nice, sehr nice. Ich habe den ersten. Ähm. Boah. Und, ähm, ja. Ich wollte den jetzt dann eigentlich reporten auf, ähm, dem GOMME-Server. Aber, was ich leider herausgefunden habe, ist, dass man, dass es keinen, ähm, Report gibt, also keinen Support auf den IRTS, was ich ehrlich gesagt ziemlich schade finde. Weil ich das eigentlich immer gerne über den Support im Teamspeak mache. Das mache ich auf Playminity und so. Schade, schade, Baname kann ich aber leider nicht ändern. So, dann mache ich das jetzt alles. Ich bin nicht Blöcke. Fuck. So. Der tüttet mich jetzt bestimmt. Ja, ich versuche das hier alles mal so ein bisschen zu reißen, Leute. Ich reiß das schon irgendwie. Ich habe ja hier die Ultra-Skills. Was macht der Typ? So. Und dann noch, äh, noch was warten. Also, ich würde mir gerne so einen Warper nach Hause machen. Mit dem ich mich nach Hause warpen kann. So wie Scotty. Du, 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 du. Oh, da habe ich keinen Traum. Ja, was geht mir? Richtig, wie ein Troller ist das hier. Der braucht sich. Alter, der macht mir alles nach. Hä, was? Wie, der macht dir alles nach? Ja, geil. Ist das so ein Pantomime-Typ? Oder was ist das? War auch Fabian richtig. Matthew Salt. Salt, ein bisschen Salt, bitte. Ja, geil. Fabian ist tot. Nein. Schon ein bisschen. Was? Du bist nicht tot? Achso. Nichts. Was? Ich habe keinen Pfeil bekommen. Ich habe einen Pfeil mir gekauft, aber habe keinen bekommen. Deswegen habe ich noch ein Gold übrig gehabt. Das kam runter. Ja, komm, es ist halt richtig ätzen. Und da werde ich direkt runtergekickt. Oh, ich kann wieder austicken. Und die Folge wird übrigens ein bisschen... Alter. Ja, mach halt dein Solo-Kommentary da. Ja, du machst halt voll das Solo-Kommentary. Ja. 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 Ach, komm. Er wird mich einfach töten. Er wird mich richtig töten. Als ob der schon wieder da oben ist. Ja, er wird mich halt richtig töten. So. Toll. Ja, jetzt kommt der Pinker auch noch zu mir. Please no kill. Es ist richtig bitter. Ja, und er hat voll die Russen... Ja, er rennt ins Feuer rein. Ja. Richtig schlecht. Er rennt selber ins Feuer rein, zieht erst mal die Hälfte seines Schadens. Das ist so blöd. Okay, warte, ich gucke dir noch Fabian zu. Du reißt das eh. Bist du tot? Ja. Weiß nicht, ob der andere mich da jetzt noch trollt. Er hat mich mit dem Bogen abgeschossen. Ey, der ist schon tot. Go Fabi, go Fabi, reiß das Ding. Es hängt jetzt alles davon ab, ob ich wirklich mit dir meinen Crack mache. Ach, du hast noch dein Bett. Ja. Lol. Als ob du das jetzt reißt. Wo ist Pink? Da ist Pink schon. Okay. Muss mir erst mal Rüstung shoppen. Ja, mach das. Mach das schon. Alter, du hast einfach gar nichts. Ja, ich war kurz davor zu sterben. Okay, aber nur so kurz davor? Also du warst schon so 5% tot oder was? Ja. So halbtot, ne? Ja. Und was ist mit Leichen? Ist dir auch tot? Oder geht's tote Leichen nicht? Oder? Bin eine Leiche. War schon mal tot. Ja. Geht er noch oder bin er zu meinem Bett? Geht's zu meinem Bett, oder? Was ist? Ich glaub, der geht zu meinem Bett. Keine Ahnung. Ach so. War ich so ein Bett ab? Oh. Nein. Oh. Ich wollte nicht spoilern hier, also nicht ghosten, ne? Alter. Weil ich bin nur live. Richtig die Viberseite hier. Ist auch ein Viber. Nur ich hab keine Spitzhacke. Oh, das ist natürlich bitter. So. Und. Fabian ist tot. Fabi. Fabi. Das war ein geiler Müt. Ich will dich spannend machen. Ja. Ja. Ich merk's halt, wie spannend das ist. Wo sind denn die anderen Boys hier? Der, der mich getötet hat. Was macht der denn so? Ah, der. Der Richter auch, ne? Der Grüne. Ja. Das ist offiziell sogar. Alter. Schau dir die Hacks an. Richtig krass. Komm, der fliegt gerade hier hoch. Okay, hat er doch nicht. Aber er war kurz davor. Ja, so ist wieder ein Grund, weil er dich getötet hat. Ja, ich mein, ich sterb ja nicht einfach so, weil ich ein Noob bin, ne? So. Okay, der macht sich da einen schönen Abend in seiner Kammer. Aber die holt sich jetzt eh eine Spitzhacke. Ja. Als ob die den jetzt tötet. Okay, doch nicht. Aber der chillt immer noch. Und der trinkt einen Heiltrank. Ja, der hat einfach den Heiltrank. Der ist abgelenkt. Was machen die da? Der ist einfach richtig lustig anzusehen. Als ob der Grüne jetzt... Das wäre richtig... Okay. Alter, Fabian gibt Todeskombo. No. Nein. 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 Das wäre jetzt richtig bitter. Alter, Fabian, das waren gerade die Ultra-Hacks. Als... Easy. Als ob du das jetzt gewonnen hast. Oh mein Gott. Gut. Dann war es das mit der Runde. Wir sehen uns in den nächsten. Bis gleich. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde. Wir haben es tatsächlich geklappt, in ein Team reinzukommen. Und wir werden die... Ja, okay. Mach schnell. Mach. Was ist? Hier ist ein Unsichtbar. Was? Hä? Das leckt... Nein, du bist einfach so ein richtiger Bob bist du. Mehr aber auch nicht. Alles geht's wieder. Okay, alles klar. So. Ich hol mal eben was Eisen schon mal. Soll ich die Rüstung machen? Äh, ja, 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 baue ich schon mal weiter. Hier hast du Eisen. Äh, ich mach eben weiter Blöcke. Du machst du Defense? Also so ein bisschen Defense-Gedöns und so. Alles klar, dann geh ich in die Mitte. Und hol mir schon mal ein bisschen mehr Gold und so. Hast du schon ein Schwert? Äh, nein. Ja. Ich lass beim Eisen das Eisen liegen, ne? Oh, die bauen sich in die Mitte. Die bauen sich in die Mitte. Müssen wir jetzt gleich. Ich breite mal ein bisschen vor, dass wir uns gleich in die Mitte holen können. Ja. Äh, wo spontiert das Eisen? Ähm, auf dieser Insel da. Ja, hab ich schon gesehen. So. Wir kommen jetzt schon ein bisschen näher. An die Mitte. Aber ich versuche so ein bisschen erstmal noch Abstand zu halten. Also auf jeden Fall... Hast du alles? Hast du alles? Was heißt alles? Ja, so Schwerter essen und so. Essen hab ich nicht vergessen. Blöcke, Spitzhacke. Für jeden auch? Okay. Hier, Spitzhacke, Schwert. Nice. Rüstung? Rüstung kommt, warte, hier. Okay, äh... Welches ist denn gerade? Ich mach mir noch ein bisschen Essen. So. Ähm, normale Lederrüstung auch noch? Ja. Okay, sehr gut. Äh, du brauchst noch Rüstung. Ja, manchmal. Okay, gut. Dann, äh, gehen wir jetzt Mitte. Und rocken die Scheiße. Äh, ja, warte, ich brauch auch mal ganz kurz was essen. Alles klar. Ja, ich hab Blöckchen. Achso, Blöckhassen. Alles klar, gut. Äh, dann gehen wir jetzt in die Mitte. Und reißen... Ich hab keine Spitzhack, aber wird schon. Naja, wird schon, wird schon. Okay. Gut. Da kommt noch ein anderes Team, was gerade ein bisschen goldsched snacken will. So, jetzt gehen wir schnell zurück. Kommst du Mitte? Ich hab das Eis mitgenommen, egal. Ja. Loll? Hä? Ah, Fabian. Als ob du mich abgeknallt hast. Ja. Ah, Fabian. Es ist unglaublich. So. Okay, und was kann ich dafür, wenn er mich abknallt? Okay, äh, dann mach du jetzt mal bitte Defense. Ich hab einen Bogen. Okay. Äh, oh nee, das ist, äh... Oh, oh. So. Dann können wir das jetzt nämlich reißen. Okay, ich wollte einen Testschuss machen, weil wir hatten eben eine, äh, Runde gehabt. Äh, ach nee, das war ja eben die Runde, die ich aufgenommen habe. Wollte ich schon sagen. Ich bin einfach so ein richtiger Sniperboy. So ein richtiger Sniperboy. Eips. Ja, aber richtig, ey. Alter, was ist los mit mir? Oh. Eisen. Oh, oh, ich werd abgeschossen. Alter. Der will was von mir? Alter, ich treff's sogar. Alter, bin ich... Alter, bin ich heute der Bogenbaron. Richtig krasser Bogenbaron heute. Mache ich schon Vorrat, ne? Okay, ich versuch den grad so ein bisschen... Alter, die versuch ich von... Da hältst du die ganze Zeit das Eisen auf. Kannst du mich vorgeben? Ja, 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 kann ich. Okay, komm, schnell. Wir müssen hier in... Achtung, Achtung. Versuch mal so ein bisschen eine Base aufzubauen. Ja, mach ich gleich. Ich muss kurz... Ich mach kurz noch ein paar Rüstungsteile hier. Oh, das war knapp. Okay. Okay, Rotschild jetzt in der Mitte. Okay. Aua. Der hat mich getroffen. Ja, ich versuch so ein bisschen mal... Alter, wie viel Schaden hat der gemacht? Ja, die machen richtig viel Damage, ey. Also, die hauen schon so den Damage in die Tassen. Die haben beide einen Bogen. Versuch mal so eine kleine Burg aufzubauen. Ja. Die Zinne nicht vergessen, Fabian. Die Zinne nicht vergessen. Ey. So, Alter. Ich geb die Hits, ey. Ich geb die Hits. Die haben bestimmt einen Homeporter. Nehm ich an. Ja. Weil die meisten vergessen das. Äh, die... Also, das sind schon so richtige professionelle Spieler. Schon so die Cloud9 der Minecraft Let's Player. Denkste? Ja. So. Aber jetzt müsste doch mal ein anderes Team irgendwie in die Mitte gehen, oder? Ich mein, die können dann nicht 24-7 da chillen. So, komm. Ich mach so lange Rüstung und so. Naja, ich spamm die gerade mal ein bisschen zu. Weil ich bräuchte Eisen. Hast du noch? Äh, nee. Müsstest du eventuell holen gehen. Alter. Aber zwei hab ich noch. Ach, davon Schwerter. Schwerter sind wichtiger. So, Winkel passt jetzt schon mal. Muss nur noch die Richtung stimmen. Okay, sehr schön. Okay, so, komm. Okay, die versuchen sich gerade so ein bisschen aufzubauen. Mann, kann ich mal ein anderes Team da irgendwie anfangen anzugreifen? Ich hab Angst. Ja, sollen die sich nicht in ihre Hosen kacken, ey. Bitte voll das Camper-Match hier. So. Das wollen wir ja auch nicht. Ja, irgendwann müssen sie mal zurück, ne. Ich mein, sie können nicht ein Endlich-Goldfarmen. Okay, können sie schon, aber... Ja, schon ein bisschen... Also, das wäre schon ein bisschen dreist, ne. Haben die da eine Endert-Chef stehen? Äh, wir haben gar nicht das Bett. Ich hab vergessen, das Bett einzu. Ja, baue das mal ein. Okay, die scheinen... Ich versuche mal so ein bisschen ruhig zu sein. Ruhig? Ja. Sie bauen sich hin? Hm, nee, das nicht. Dafür haben die nicht das nötige Equip. Weil ich halt immer noch den Bogen habe. Und der Bogen ist bis jetzt ihre größte Gefahr. Alter, okay, die stürmen. Die stürmen gerade eine Base. Oder auch nicht. War nicht von uns, ne. Okay. Okay, Gabe denkt, es kann zu uns. Wer kann zu uns? Okay, gerade ist Eskalation in der Mitte. Komm, bitte. Okay. Und da kann ich bezackeln. Wie immer. Alter, das wäre jetzt richtig... ...linjes gewesen. Achtung, da kommt einer von hinten. Rot. Okay, helf mir. Der hat nix. Alter, ich legge. Ich legge richtig hart. Der hat nix. Okay, komm, komm, komm. Wir halten die Mitte. Wenn du es schaffst, geht zu Rot. Wenn du es schaffst, geht zu Rot. Geh zu Rot. Ich halte den hier zurück. Ich habe gar nicht bezackeln. Okay, dann meine hier. Hier. Ich versuche Rot zurückzuhalten. Rot ist nicht in seiner Base. Ich habe ihn gerade zugebaut, aber egal. Rot ist nicht in seiner Base. Ich habe auch einer. Ja, er hat einer, aber... Der hat kein Equipment, wenn ich es... Ja, ja, geh hin. Der will mich runterschlagen. Oh, er hat es geschafft. Echt? Okay, ich gehe schnell zurück. Hell, Jesus, lass mich hier heile durchkommen. Der hat auch keine Rüstung. Ja, ist egal. Der kann mich runterkicken. Das wäre die größte Gefahr. Ich habe richtig viel Gold. Bring mir am besten Eisenbieterung. Ja, ich habe direkt hier Eisen. Okay, Tom. So, ähm... Mach dir einen Bogen, ne? Oder was? Ja, mach dir einen Bogen. Mach dir einen Bogen. So, ich mache nochmal... Okay, die gehen wieder in die Mitte. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie blau abfangen. Warte. Komm, wo ist der Bogenbaron? Wo ist der Bogenbaron? Oh, schade. Okay, die müssen aber irgendwie dann auch wieder in die Base gehen. Sollen wir in die Mitte oder soll ich gerade hier wieder auffüllen? Ich fülle ein bisschen auf alles. Also guck, dass wir gut Verteidigung reinkriegen. Mach mal nur Level 1 auf Schwerte, ne? Da wird es noch nicht so viel. Ne, mach Level 3, ja. Also, äh... Für drei Eisen. Wir haben ja noch nicht so viel. Nice. Ich bin so ein Boss, ne? Kann ich jetzt gleich machen. Ah, hab ich den nicht getötet? Okay. Ah, Rot kommt wieder. Rot kommt wieder in die Mitte. Oh, der will auf mich schießen. Er hat es get... Oh, er hat es sogar getroffen, aber... Ich bin schnell zurückgegangen. Bö. Easy Shot. Ähm. Du hast Kalio getötet. Achso, ich dachte, der sei jetzt raus. Ist aber nicht. Okay, ich gebe denen gerade die Bogenkommo. Soll ich mal eine Ender-Chest machen? Ähm. Ne, Lars. Ne, Lars ist zu riskant. Äh. Alter. Wieso zu riskant? Ja, das können andere dann verwenden, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Äh, wenn du Bock hast, kannst du mit mir die Mitte ein bisschen stürmen. Also, anfangen. Äh, ja. Ich habe gekümmt. So kann ich mir zacken. Das habe ich vergessen in der Kiste. Oh, ich gehe mal kurz in die Base und mache mir eine Steinspitzacke. Soll ich dir auch eine machen? Ja. Okay. Dann mache ich... Aber ich habe keine Blocker. Ich habe... LOL. LOL. Pass auf, der hat gutes Zeug. So. Äh. Echt? Ja. Oh shit, der kommt, der kommt, der kommt. Hol dir schnell die Rüstung. Ich habe mir zwei Helme geholt, das ist nicht? Oh fuck, jetzt habe ich alles hier. Okay, hopp. Hä? Okay. Okay, der verbraucht sich da richtig. Okay, ich habe alles. Alter! Hat der einen Bogen, ey. Warte, steh hin. Okay, versuch die Situation mal ein bisschen zu cleanen. Ich hau den ein bisschen kaputt. Jetzt greif an. Da kann ich mehr viel haben. Nice, nice, nice. Sehr schön, sehr schön. Und direkt weiter vorrücken. Nein. Ich habe kein Essen. Habe ich vergessen. Okay. Ich habe ein bisschen Essen. Ich kann dir gleich... Ehe, ist keine Ahnung. Achtung, Rot kommt. Kill ihn. Kill ihn. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Durch Rot waschen? Ähm. Ähm. Ja, komm. Rush Rot. Ich halte die... Ich halte die Stellung. Warte, dann komm zurück. Achtung, hinter dir. Ich seh's. Der fällt runter. Jetzt meine ich mich. Nice, nice, nice. Aber der andere hat Lust. Okay, sehr schön. Äh. Dann ist der schon mal down. Aber der andere sieht das nicht. Sehr dummer. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich halte die Mitte. Oh, scheiße. Achso, Gabby ist sowieso tot. Das ist gut. Schaffst du was? Schaffst du was? Ja, aber die kommt zur Mitte. Achso. Hab ihn gekillt. So. Baust du Brett ab? Ja, die rennen zur Mitte. Ja, die rennen zur Mitte. Ich muss kurz was essen. Okay, dann ess kurz. Der andere steht beim Eisending. Ja, okay, alles klar. Ich schieße ihn ab. Riskiere nicht, dass du runterfällst. Ja. Ich ess erstmal einen hier. Okay, kannst du ein bisschen hingehen, wenn du möchtest. Aber ich hab eh noch Quäpschen. Sehr schön, sehr schön. Okay. Huh, das ist eine richtig gute Runde. Ja, ich muss erstmal ein bisschen breaken. Alles klar. Okay, ähm. Ich hab Zwift Gold. Wenn du möchtest. Hier, hast du all das Stuff. Und hier ist übrigens noch eine Spitzhacke, seltsamerweise. Machen wir mal eine Ender Chest. Komm, machen wir mal eine Ender Chest. Haben die einen Bogen? Ne, ne, die haben gar nichts. Ich hab grad schießen gehört, oder warst du das? Das war ich, das war ich. Okay. Als ob die einen Bogen hätten. Die Lappen. So, wollen die nicht mal vorstürmen. Oh, die haben einen Bogen. Ich hab irgendwas gehört. Ja, ja, die haben einen Bogen. Ich kann froh, dass einer hier runtergefahren bin. Einer hat so viel Gold. Machen wir mal noch einen Bogen. Ja, erstmal einen einfachen. Ja, ja. So. Na komm. Meine kleinen Boys. Ja, ich hab sie ein bisschen unter Dauerfeuer. Machen wir uns nachher noch ein Eisenschwert und dann passt das alles. Soll ich zwei Ender Chips machen? Für eine unserer Base? Ja, eine unserer Base und eine hier. In der Mitte. Dann müssen wir, wenn die grad kurz von der U-Bahn sind, dann am besten abpacken. So. Also, was bauen die da? Brauchst du noch irgendwas mit Gold? Äh, mach mal ein Schwert, also so ein Eisenschwert, also für Gold. Ja. Aber ich glaub, wir haben gar nicht genug Gold dafür. Doch. Wir haben uns, echt? Ja, ich glaub ich auch da drüber. Wir haben nicht mehr so viel Essen, aber reicht. Ja, komm. Weg. Mach mich dran. Ja. Sehr nice. Okay. Wir müssen hier irgendwo noch drauf sein. Da hinten ist sie, glaub ich. Äh. Wir dürfen auf jeden Fall nicht von der Insel runter. Hä? Siehst du sie? Nee. Ja. Hast du grad gebaut? Ja, ja, ich hab gebaut. Die dürfen eigentlich nichts haben. Nee, nee, hier unten ist eine hingefallen. Warte. Ich guck gerade hier unten mal. Guck du, dass die nicht zurücklaufen oder so. Hier irgendwo müssen die sein. Hehe, ich seh sie. Ich seh sie. Ja? Ja. Okay, die kann mich jetzt. Hi. Ich glaub, die da unten sind. Wir laufen Spaß. Nicht töten, nicht töten. Nicht töten. Ups. Was machst du? Nein, lass sie leben. Hi. Ich schuf dich gleich runter. Ich will. Party. Wuuuuh. Hi. Hey, oh. Ich hab Angst, dass du die nur tisch aufs. In-Game-Videos. Wuuuh. Wuuuh. Oh. Äh, In-Game-Name. Einfach so richtig noch fett Werbung machen. Jetzt erstmal nachgucken und dann sehen. Big sub. Oh shit. Fabi, du machst nicht öffentlich. Du musst öffentlich schreiben. Wuhu. Okay. So, komm. Wir machen uns hier so eine kleine Base. Wir brauchen jetzt ein Haus. Ja, wir kommen zu Let's Play Minecraft. Wuhu. So. So ein richtiges Haus bauen. Gefängnis ist das. Darf man das überhaupt? Nee, ne? Keine Ahnung. Das ist eigentlich ziemlich, was wir hier machen. Oh, du hast es noch auf Video. Nice. Abonnenten gegeiert. So. Wuhu. So kriegt man Abonnenten. Ja, Leute. Zieht Leute eine Runde ab und dann schreibt, dass ihr aufgenommen habt. So. Ja, los, komm. Wir müssen töten. Okay, gut. Wir müssen jetzt die Runde beenden. Wir danken uns auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen. Äh, GG. Wir danken uns auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen. Wünschen allen noch einen wunderschönen Abend. Die Runde war jetzt lang genug. Ähm. Und sagen tschö. Bis dann. Und mein sieht sich. Bäh. Tschüss ab. Hahaha. Bis dann. Bäh. Bäh.